Ich bin Sven Brencher und ich freue mich, Ihnen das Video-Training Textanimation mit Adobe After Effects zu präsentieren. Dieses Video-Training hätte ich eigentlich schon 2003 zur Einführung der Textanimations-Engine in After Effects Version 6 machen sollen. Da sich aber auch über zehn Jahre später immer noch niemand dieser umfangreichen Funktionen im Detail angenommen hat, freue ich mich, dass es jetzt endlich ein Training zu einer der ganz großen Stärken von After Effects gibt. Mein Ziel ist es, Ihnen die Textanimatoren und Bereichsauswahl näher zu bringen. Und auch wenn es zu Beginn etwas kompliziert wird, werden Sie schnell erkennen, wie leistungsfähig die Textanimationsfunktionen innerhalb von After Effects sind. Zusammen mit Premiere Pro setze ich After Effects seit etwa 1997 für Motion Design und Videoprojekte ein. Als Adobe Certified Instructor und Master Trainer teile ich mein Wissen und meine Erfahrungen im Umgang mit Adobe-Programmen mit anderen Anwendern. Wenn Sie Ihre Video- und Motion Design Projekte mit animierten Texten bereichern wollen, dann ist dieses Training genau das Richtige. Gerade im Zusammenspiel mit dem Dynamic Link zu Premiere Pro ist es sehr einfach, Textanimationen für Titel und Untertitel zu produzieren. Also schauen Sie sich das Training am besten gleich an. Ich stelle Ihnen zuerst die Textwerkzeuge vor, zeige Ihnen, wie Sie animierte Texte von After Effects zur Premiere Pro bekommen und dann geht es gleich los mit den zahlreichen Animatoren und einer umfassenden Erläuterung, was sich alles hinter den Bereichsauswahlen verbirgt. Sie werden überrascht sein, was sich hinter den ganzen Einstellungen verbirgt und schnell merken, dass man mit ein bisschen Übung so einiges aus diesen Funktionen herausholen kann. Für die Gestaltung von Titeln werfen wir natürlich auch einen kurzen Blick auf die Form-Ebenen und am Ende möchte ich Ihnen noch zeigen, wie man über Tracking-Funktionen Text mit Video zusammenbringen kann. Jetzt also viel Spaß mit diesem Video-Training und denken Sie trotz aller Funktionen daran, auch für animierten Text gilt am Ende, dass weniger oft ein bisschen mehr ist.